Ratschen, eine Kinderratsche, dann die Ratsche fein, auch mit Halterung für Kombiständer, dann Ratsche grob, natürlich auch mit Halterung für den Kombiständer, dann eine Ratsche grob mit Lautstärkeregelung, hier ist Piano und dann lasse ich den Druck nach und die Zungen kommen stärker an das Rad und es wird lauter. Natürlich auch mit Halterung für Kombiständer. Dann eine Ratsche, die ich auch schleudern kann oder kurbeln und auch das kann ich wieder an das Ständersystem montieren und hier eine Ratsche, die in beide Richtungen zu drehen ist und ich dadurch rhythmisch spielen kann. Wie zum Beispiel am Anfang bei Pini di Roma. Und natürlich ist hier auch der Halter für die Kombiständer dabei. Dann gibt es etwas größer eine Ratsche mit Resonanzkasten. Und dieses Modell gibt es auch mit einer Lautstärkeregelung von leise nach laut. Das sollte für jeden was dabei sein.